Also wo ich mir wirklich große Verdienste gemacht habe, das ist die Volksmusik. Ich habe unter anderem den Brett Reichenbacher herausgebracht. Das ist der Halbbruder von einem Schulkollegen von Peter Steinlechner von der Zillertaler Schürznegler, sein Vorschullehrer. Der sogar schon einmal, zwei Tage gemeinsam mit einem Namensvetter vom Gitarrenstimmer von der Ursprung-Burme in der Musikschule in Gammlitz noch wie viele Stunden gekriegt hat. Den habe ich gemacht. Es ist schon spät, fast Mitternacht, des Götis Knobb, die Ehe kracht. Du Stern, der fern am Himmel steht, erhöre mein Gebet. Schwiegermutter, sterb amoi. Möchte ins Haus einziehen. Möchte nicht länger liegen da auf der Kölner stehen. Schwiegermutter, sterb amoi. Möchte ein Polo kriegen. Weil sonst muss ich defiletieren. Oder du kriegst eine Mangerie. Dann bist du in zwei Stunden hin. Juhui! Amin. Slow to David Paulu. Bautah unten. Kau, peu, ist noch nicht genau. Koch.